hallo und herzlich willkommen und wir machen heute mal ein bisschen minigames es geht los ich hab die mit dem gespielt was immer gut ist ich bin stein bock ich glaube das war die dümmste war die man treffen kann was bin ich überhaupt ich bin ein ding aber die map ist groß es könnte sein dass ich mich hier ganz gut verstecken kann vielleicht so es geht ich glaube es geht sogar ich bin ich überhaupt kann ich das angucken f5 nein 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 oh jetzt ist jetzt ist das ding durch oder wo bist du workbench bist du das warte mal bist du gerade hier hier guck mal ich bin der stein bock bin bist du das nein nein pass auf das sind noch mehr workbenches ich bin irgendwie so bei häusern irgendwie jetzt komme ich hoch ich muss mich irgendwie in ein haus verkriechen die anderen sind schon weg scheiße ich sehe schon ich geh sterben na vielleicht nicht ne 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 ich hab's gleich ich sehe gar nicht sicher scheiße hat sich schon jemand gesehen? ja ich bin tot jetzt darf ich killen gehen oder? ja ich hoffe du kennst mich nicht boah das ist aber hier richtig wüsst ich bin gegen ein irgendwas gebackt ah das war die hier komm stein bock wir verstecken uns zusammen komm was hier hier oh da hat schon jemand wieder getötet hehehe oh workbench 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 laufende workbench bist du das? nein ich bin schon weg hier sieht mich hier sieht mich irgendjemand also bist du gerade getötet worden ich bin tot ja ich geh jagen ich geh jagen ich geh jagen ich geh jagen hehehe ich geh jagen Glück gehabt. Oh, warum falle ich jetzt hier wieder rein? Oh, da war da einer wieder geklatscht. Ey, hier ist ja richtig mies. Hier ist ja der Badass-Ursteck. Es wurde einer geklatscht. Hier ist ja das Badass-Ursteck. Hier geht ja keiner hin. Und selbst wenn, dann kannst du hier gut richtig gut verschwinden. Boah, ist das mies, das Versteck. Aber hier muss ich... Retard! Was heißt, was soll das Session bedeuten überhaupt? Zwischen, dann kannst du nicht mehr, dann triffst du nichts mehr. Du musst immer warten, wenn du deine XP leistest, das ist, wie viele Schläge du hast, sozusagen. Und wenn die abläuft, die Regner-Ding generiert sich immer wieder. Dann triffst du halt nicht. Auch wenn das halt ein Glock ist, dann kannst du dir keinen Schaden machen. Wo seh... Wo seiiit ihr? Ey, ich... Ey, oh, ich bin ja nur noch ich und der andere. Wo seiiit? Ich bin nicht mal richtig versteckt. Boah, ich bin vorbei. Gott, was ist das... Alter, das ist... 60 Sekunden. Wow, 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 wow. Boah, sind die schlecht. Ich sag dir nicht, wo ich bin. Ganz sicher nicht. Das ist das OP-Versteck. Obwohl, es ist nicht mehr versteckt, aber hier geht auch keiner hin. Und GG. Oh man, das... I'm not even hitten. Oh, oh man. Nö, I'm not even hitten. Oh, Yolo! Gewonnen! GG! Alter, ist das gut gewesen. Er hat es auch scheiß gut versteckt. Nein, weißt du, ich würde es dir gerne zeigen, wo ich mich versteckt habe, aber ich mache es nicht. Boah, das ist richtig nice gewesen. Hast du mich eigentlich am Anfang gesehen? Ja, ja, kurz. Das war es richtig cool. Okay, das wäre es wieder gewesen für die Folge und ich wünsche euch Tschüss. Ja, ja, ja.